Wir sind die Polzerei Design in Nürnberg. Wir sind ein Familienbetrieb mit 30-jähriger Erfahrung. Mein Name ist Halver Allay, ich bin der Geschäftsführer von der Polsterei-Werkstatt und momentan führe ich unseren Familienbetrieb. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand, das Aufmaß vor Ort, die Planung, Herstellung und natürlich die Montage. Alle Produkte werden in unserer Werkstatt in Nürnberg angefertigt und vor Ort von unseren eigenen Mitarbeitern montiert. Selbstverständlich können Sie auch gerne persönlich vorbeikommen und sich unsere Musterkollektionen anschauen. Untertitelung des ZDF, 2020